Willkommen zu unserem neuen Video Let's play Pokemon Also das ist Kira der jetzt spielt Gerade hab ich gespielt die Und wir laufen jetzt zurück zu Erstmal zu Pokus Gehen wir mal mal Pokus hinter mir? Ja gleich, bekommt jetzt erstmal noch E-Coin noch keinen Kampf Ja egal Ja wir können danach auch schon off-spring kämpfen ein bisschen denke ich mal Damit die ein bisschen höher kommen würde ich sagen oder? Also es ist gleich noch 4 Minuten Also wenn das Video fährt ist das auch fällt schon Okay da nimmst du Paradies Das ist dann ein zweites Mal von Corseo Nimmst du? Ich sag ich dir was du brauchst nichtmals Kämpf um das zu gefallen gehst hin Gehst du auf Essenzkiste Paradies Die Beste Reibst das Pokémon damit ein Bin die ganz voll oder nur ein bisschen? Ich geh voll viel weg Später werden die härter Ist immer so weil das dann die Weil die härter verschlüsselt sind Brauchst schon nur Freisicht So Das gehen wir am besten hin Machen direkt zum nächsten auch Da die Diese Fiffchen oder erstmal? Nee der Hiba Kannst immer machen ne? Du hast du dir direkt 50 Stück Keine Ja brauchen wir auch Geld für Wie kosten die denn? 1200 Wir können auch noch billige nehmen aber das bringt voll wenig Nee der Donut nicht Ich werde schon verloren Warte Gucken wir mal Ich bin nur noch Ich benutze zweimal Oder muss einfach bei anderen Pokémon mit So Nein ich mach es hier so Mach So Ladybar ist glücklich Jetzt gehen wir noch mal in der Essenz Dann damit es noch glücklicher wird Ja Ja Wir haben mal ein wirkliches Ladybar Doch immer nicht Ach komm Ladybar Ja Danach haben wir schon mal zwei Pokémon befreit Boah Jetzt gebe ich doch noch die letzte Und äh Sei ja bitte zufrieden Was ist los ey? Wird's nicht mehr reden? Hm Ich bin gerade Andere Gedanken Ich hab gerade Andere Gedanken Oho Wie man Oho Okay und jetzt? Wo musst du wieder zum Echt? Ja Zum Echt Genau wir nennen jetzt einfach Echt Echt Ich komme alter Tag Wie schnell der geeinigt ist Ich schwöre ey Der bestimmt irgendwas Wo sind seine anderen Pokémon? Der zuvor viele Der zuvor viele Ja ne Jetzt kommt immer noch Marokko Da Rocco Du auch im alter Sack, ey Im alter Sack, ey Im alter Sack Du solltest nur die Macht benutzen Da 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 können wir an den Streinen Können wir uns auf Pokémon fallen Erstmal Teddybusser Da nennt sie ihn Guck mal wie weit Bam befreit Durch die Macht von Celebi Das ist ja Celebi's Schrein Celebi Ja Okay Nun Wie lange haben wir noch Zeit? 2 Minuten Okay Wir können auch glaube ich in dem Video noch die Pokémon fallen Und Ah An die Attacke Heilung Oho erreicht er wir 12 Ja Wir wollen ihm einen großen Namen geben Und wir geben Dein Name heißt Warte Wir nennen ihn Opfer Nein Das kommt bei Ladybun T Ähm D Hey Da wird ne 2 T D ne Achja Hier steht das oben Teddy Ah ne D Teddy 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 Fuck Teddyfuck Teddyfuck Und den anderen auch befreien ne? Ich hab's noch schon Ich hab's noch schon Wir haben jetzt einen Teddyfuck Ich hab dir Teddyfuck Ey Mma Ich willst du mich verarschen Opa Ey Ey Ash das kenne ich nicht von dir mit der jahre mit der weißersänderzeit mit mir gemacht hat ja der Duellberg da kann man trainieren auf screen das können wir morgen auch mal morgen schon nicht aufnehmen können würde ich sagen doch geht es noch eine Minute eine Minute auf 40 Sekunden schaffe ich nicht mehr als andere zu befreien ja okay ich sag mal langsam das ist ja ein Schritt machen ja tschüss und ciao das war es jetzt für heute bis zum nächsten Mal